Einen wunderschönen guten Tag, der Exit ist am Start, Company of Heroes 2. Mit der dritten Mission beginnen wir jetzt. Wir taten, was nötig war, um die Eroberung Moskaus zu verhindern. Sie waren für die schwierige Herausforderung in Mzensk bereit. Was von unseren Männern bei Mzensk verlangt wurde, war unmöglich. Okay. Oktober 1941, Mzensk, UDSSR. Nach ihrem verzweifelten Versuch, den Vormarsch der Deutschen auszubremsen, zogen Churkin und Isakovich sich nach Mzirzl zurück, ein befestigtes Dorf gerade mal 60 Kilometer von Moskau entfernt. Die Wehrmacht würde in großen Zahlen und mit mächtigen Panzern anrücken und die Sowjets konnten sich zu nah an der Hauptstadt nicht mehr auf die verbrannte Erdetaktik verlassen. Mit nur einer Handvoll MGs und Panzerabwehrwaffen müssten Churkins Divisionen sich gefährlich auseinanderziehen und wären durch Angriffe über die Flanken gefährdet. Da es keine sowjetischen Panzer gab, die den deutschen Panzern hätten entgegengesetzt werden können, würden diese ziemlich sicher überrollen und einen Weg nach Moskau sichern. Wir durchblätterten die Frontzeitung, dabei stieß sich auf folgenden Satz in einem großen Artikel. Der starke, schundene Feind setzte seinen Feigenvorstoß fort. Vasili Grosman, sowjetischer Kriegsberichtserstatter. Okay, gut. Okay, gut. Eiei, aiei, aiei, aiei. Alles gefecht. Wenn es denn so einfach wäre. Deutsche Infanterie nähert sich in großer Zeit im Bergrücken. Trotz begrenzter Waffenunterstützung müssen wir diese drei Stellungen halten. Weitere Maxim-MGs treffen bald ein. Verlassen Sie sich bis dahin auf Rekruten und gute Deckung. Ja, scheiße. Wenn es sich eine Gelegenheit ergibt, stoßen wir vor und sichern die Straße nach dem Setz. Wenn es kräftiges ist. Was ist das hier? Transferbefehle. Ziehen Sie die angevisierte Einheit vom Schlachtbett zurück, um die Bevölkerungskosten der Einheit zurückzuhalten. Schieß zurück, Genosse. Befehle. Wir haben Gewehrgranaten. Passen Sie gut auf. Was habe ich gemischt oder was? Jetzt stehen uns noch mehr Rekruten zur Verfügung. Die haben wir erledigt. Protowiki-Trupps sind eingetroffen. Frische Einheiten auf dem Feld. Sie haben Befehle. Stellungswechsel. Sehr gut. Kontakt mit den Deutschen am nördlichen Pass. Wir sind keine Feiglinge. Das werden wir ja noch sehen. Achtung! Granate! Hier würde ich in Lone schwirbel. Genau wie nach oben. Wenn man sagt... Maxim-Schütze erledigt! MG neu bemannen! Waffentrot in Bereitschaft! Wir haben den Trupp kalt gemacht! Trupp! Wir rücken von hier ab! Feindlicher Beschuss! Easy! Sie machen uns fertig! Die zentrale Stellung wird angegriffen! Feindlicher Flammenwerfer! Feuer! Jetzt sind sie ja richtig fies hier. Wer ist der Nächste? Wir sind von dem Batterie angegriffen! Stehen unter gezielten Beschuss! Wo haben Sie gefallen? Wir müssen los! Oh, was? Sie können jetzt Frontowiki-Rekruten entsenden. Diese Soldaten haben Zugriff auf Molotow-Cocktails und MPs. Drückzug! Frontowiki-Trupps sind eingetroffen. Frische Rekruten sind eingetroffen. Ja! Ja! Wir haben unsere Versorgungssektor erobert! So, ihr Miststücke! Genossen! Position! Feuer eröffnen! Erleuchtet sie! Wir haben noch mehr dabei! Schnappt euch den deutschen Flammenwerfer! Hurra! Na? Jetzt, ja, schnappen wir uns. Perfekt. Aber es wird langsam eng hier. Es wird eng. Frontowiki-Trupps sind eingetroffen. Panzergrenadiere im Norden! Bietet Ihnen Paroli, bevor Sie unsere Gräben mit Granaten bewerfen! Wir haben das Feuer auf uns eröffnet! Unter Beschuss durch Handfeuerwaffen! Wir schicken weitere Maxim-Trupps zum Berg rücken, Kommandant! Schnapp! Wir sind bereit! Bald werden wir unsere BP-Schass haben! Jetzt stehen uns noch mehr Rekruten zur Verfügung. Rundowiki-Trupps sind eingetroffen. Truppeinsatz! Einheiten erwarten Befehle! Wollen wecken wir unsere BP-Schass! Was glaubst ihr so? Waffe aufnehmen! Für die Rodina! Schwere Maxim-MGs vor Ort! Komm, Leute, wir haben einen Fasslichen Brückenwürden! Erwarten Befehle! Erleuchtet sie! Unsere BP-Schass ist da! Jetzt kannst du gleich... Ja! Schön mit... Rundowiki-Rekruten-Einsatzbereit! Passet! Ihr werdet hier alle sterben! Genau wie Napoleons Armee! Ihr in Wagen ist es in der Möglichkeit! Aufpassen! Die Broterie! Rekruten-Bereit-Und! 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 Erleuchtet sie! Rekruten-Bereit-Und! Rekruten-Einsatzbereit-Und! Scheiße! Granate! Berreit-Und! Mache die Nummer platt? Berreit-Und! Berreit-Und! Eliminiert! Deutsche Panzer! Runter! Rekruten-Bereit-Und! Rekruten-Nein! Rekruten-Bereit-Und! Soll ich das gegen Panzer machen? Die Einheiten sind eingetroffen. Wir können den Berggrücken nicht gegen so viele verteidigen, Kommandant. Holen Sie Ihre Streitkräfte zurück und bauen Sie eine Verteidigung im Dorf auf. Zur Disposition. Wer ist der Nächste? Wir haben Verluste heruntergeschossen. Falt Gott los! Der Heid nimmt sich, was wir gesichert haben. Alle Batterienfeuer reinstellen. Ihr trefft unsere Leute. Wer getötet, tot, statt in Ihrem Territorium. Oh, krass, weil Mutti. Kommandant, die Pioniere sind bereit, im Dorf eine Verteidigung einzurichten. Zusätzlich steht Ihnen nun das Spezialgewehrkommando zur Verfügung. Schön. Fronto-Wiki-Trupps sind eingetroffen. Wir haben eine neue Einheit. Pioniere einsatzbereit. Bewegung. Aber wo ist, warte mal hier. Ziel bestätigt. Bauen wir. Jetzt stehen uns noch mehr Rekruten zur Verfügung. Wir erwarten Befehle. Rücken ab. Wir brauchen Freiwillige an dieser Panzerartnerkanone. Fertig. Noch mehr Einheiten hier. Mit dem DP-1928 werden die Deutschen noch schneller sterben. Sollen wir etwas sprengen? Pioniere, legt ein paar Panzerabwehrminen. Oh, jetzt muss ich das alles um uns verteidigen, oder was ist die Scheiße? Der DP-1929 sind hier. Schickt eine Besatzung an diese Waffe. Da? Leute, wir rücken ab. Sollen wir etwas bauen? Zellamin. Legt eine Falle, Pioniere. Legt Minen. Wir haben unsere neuen Spielzeuge. Gardistentrupp bereit. Der Bau ist niebefahrend fertig getetet. Was muss getan werden? Trupp vorwärts. Bau wird begonnen. Minen gelegt. Jetzt heißt es warten. Jetzt heißt es warten, ja. Sollen wir etwas sprengen? Wir brauchen hier Panzerabwehrminen. Gebäude fertig. Das wird schwierig in dieser Gelte. Wir haben ein DPA. Rinder, bedeckt die Fenster. Was bist du so sauer? Ich hab dir gesagt, dass ich deinen Keks nicht genommen habe. Ja. Fronto-Wiki-Trupps sind eingetroffen. Minen gelegt. Jetzt stehen uns noch mehr Rekruten zur Verfügung. An die Arbeit, Männer. So, wie viel Zeit bleibt jetzt noch? Nicht mehr viel, scheiße. Fertig. Pioniere einsatzbereit. Legt ein paar Minen, Pioniere. Alle Minen bereit. Genosse, die Deutschen sind bald hier. Fronto-Wiki-Rekruten einsatzbereit. Fronto-Wiki-Trupps sind eingetroffen. Minen gelegt. Frische Rekruten sind eingetroffen. Bauen wir. Der Bau ist niebefohlen fertiggestellt. Sollen wir etwas bauen? Zeit für die Arbeit, Genosse. Ei, 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 ei. Fronto-Wiki-Trupps zur Disposition. Feindliche Streitkräfte nehmen. Kontakt! Legt eure Werkzeuge nieder und geht in den Arbittern in die Wohnung. Scheiße, sie kommen hin. Pioniertrupp. Bald haben wir Flammenwerfen. Wir sind unterwegs. Ist mein Ende. Erwartenbefehle. Lutterer Bischof ist ein Handwerterwaffen. Los! Sondierungsangriff. Die wollen unsere Verteidigung testen. Führt Stellungswechsel aus. Unsere Flammenwerfer sind da. Bereit zum Bauen und zum Zerstören. Bewegung. Besetzt dieses Gebäude. Frische Einheiten auf dem Feld. Wollen Sie etwas? Folgen meinen Spuren, dann wird es einfacher. Scheiße, schau mir her. Wir werden angegriffen. Sie haben ein Ziel. Wir werden angegriffen. Die zentrale Stellung wird angegriffen. Was? Wir werden angegriffen. Jetzt stehen uns noch mehr Rekrouten zur Verwägung. Was? 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 Werken zu mir? Darf він authors inankommen? Zulilos inankommen? Das ist nur Infanterie! Hören Sie mich! Das Ding habe einen Infanterie! Eliminiert! Die Seher uns! Sie haben Befehle? Bereiche das verdammte Gebäude! Zu Diensten! ich weiß sie können diesen freundliche panzer im anrollen wir haben panzer abwehrkanonen im dorf bringt sie zur front kontakt südliche straße sehr nice feindliche infanterie erledigt die kommen über die hauptstraße jetzt habe ich keine los macht die platz feindliche infanterie neutralisieren ihre befehl bereitet diese kanone für den einsatz vor feindliche infanterie karte truppen bereit zum einsatz panzer abwehrkanonen auf feindliche panzer richten die hochexplosive geschosse gegen infanterie ziele wir erwarten befehle wir brauchen von infanterie angegriffen schneller wir haben das feuer auf uns eröffnet raus endlich artilleriebeschuss aus hoffittstanzi Wir können es... Stellt euch, Genossen. Feindliche Streitkräfte sammeln sich, um die Stadt zu überwältigen. Die Einheit hat das ultimative Opfer gebracht. Ganz schön weit vorne, das Ding. Der Schuss auf uns! Panzerabwehr unterwegs. Feindliche Streitkräfte! Scheiße. Genossen! Da hab ich ne Einheit mit... Kampfpioniere! Scheiße. Panzerabwehr bereit! Panzerabwehr greift Panzer an! Nö, flöt! Pronto-Vikiprops sind eingetroffen. Erwarten Befehle! Frische Rekruten sind eingetroffen. Verleuchtet sie! In Deckung, pioniere! Verlieben! Verlieben! Seid tapfer, Genossen! Genosse! Erledigt! Jetzt stehen uns noch mehr Rekruten zur Verfügung. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Kamerad! Wir haben beim Hauptquartier ein Feldkrankenhaus eingerichtet. Neue Einheiten sind eingetroffen. Feindliche Infanterie! Feindliche Infanterie! Sie haben... Laden und Panzer ausschalten! Feindkontakt! Wie können wir helfen? Pioniere melden Kontakt! Sie haben... Es wurde verfahren! Wir haben das Feuer nach uns herabend! Eine Waffe! Eine Fnisse! Die Grubelle die Wirkung! W Wallen und Panzer entspannen! Braucht ihr eine Eichernutsch! Der Mande, circa die Schuße! Der Mande, dieser Kräste Handschuh! Erg oldest! Hier ist der Schuss! Scheiße! Das ist eng! Die Feuerbraune wird ausgerufen! Recht! Die ist gerautet! Und alle diese Waffen! Wir werden an der Reisewaffe Pioniere gefahren! Mach den Blatt! Scheiße, sind die falschen Einheiten! Mach den doch mal Platt, ey! Ich kann heute die Brotten! Ich brauche die Brotten! Die Brotten sind nach vorne an. Die Brotten sind bereit! Oh, was ist jetzt langsam hier? Wo ist denn der Panzer? Sperrfeuer! Die haben sich auf uns eingeschossen! Jetzt stehen uns noch mehr Rekruten zur Verfügung! Ihr Befehl! Halleluja! Wir sind bereit! Scheiße! Machen wir es schnell! Der nächste Angriff! Alle Streitkräfte zurückziehen und das Hauptquartier verteidigen! Alles klar! Gut! Das machen wir dann in der nächsten Folge! Bis dahin! Viel Spaß! Tschüss!